Hey Leute, heute widmen wir uns den am häufigsten gestellten Fragen bei Pyroland. Let's go! Frage 1. Was ist der Unterschied zwischen normalem und Premium-Versand? Der einzig nennenswerte Unterschied zwischen dem günstigeren und dem teureren Versand ist, dass bei dem teureren das Tracking besser funktioniert und dass viele einfach Wert darauf legen, dass die bei einem bekannten Dienstleister den Versand am liebsten abwickeln wollen. Ja, das sind eigentlich so die Hauptsachen. Wann wird meine Bestellung geliefert? Ja, sofern keine gesonderte Berechtigung vorliegt, also sowas wie ein 27er-Schein oder eine Sondergenehmigung, ist es so, dass das Silvesterfeuerwerk dieses Jahr vom 28.12. bis 31.12. ausgeliefert wird. Das ist gesetzlich so geregelt. Ja, warum der 28.12.? Das liegt einfach daran, dass dieses Jahr Silvester ein Sonntag ist. Sonst in den kommenden Jahren zum Beispiel ist es dann wieder vom 29.12. bis zum 31.12. Das aber nur mal beiläufig. Anders sieht es natürlich aus bei F1, T1, Konfetti-Shooter-Bestellungen und so weiter. Die werden natürlich das ganze Jahr über ausgeliefert. Solltet ihr aber eine Sondergenehmigung, einen Gewährbeschein oder eine Erlaubnis nach § 7 bzw. § 27 des Sprengstoffgesetzes besetzen, so habt ihr die Möglichkeit, das Feuerwerk bzw. das Silvesterfeuerwerk auch schon zu sofort an euch liefern zu lassen. Die entsprechenden Versandoptionen bzw. Möglichkeiten stehen euch beim Bestellabschluss bzw. beim Bestellprozess zur Auswahl. Gibt es dieses Jahr einen Lagerverkauf? Nein, dieses Jahr wird es leider bei uns keinen Lagerverkauf geben. Es ist allerdings weiterhin möglich, auch zu Silvester bei uns vor Ort die Bestellung abzuholen. Die entsprechende Auswahlmöglichkeit habt ihr beim Bestellabschluss. Wie lange gilt noch der Frühbesteller-Rabatt? Das ist eine Frage, die uns auf jeden Fall sehr, sehr häufig erreicht. Wie ihr vielleicht im Shop schon gesehen habt, sind wir schon gar nicht mehr bei den 15% des ursprünglichen Frühbesteller-Rabatts. Ab jetzt fällt der Rabatt von Woche zu Woche immer weiter, also zeitiges Bestellen lohnt sich. Liefert ihr nach Österreich? Nein, aktuell bieten wir leider keinen Feuerwerksversand nach Österreich an. Lediglich nicht Gefahrgutbestellungen wie Merchandise-Artikel nach Österreich sind aktuell möglich. Was ist, wenn niemand zu Hause ist, wenn mein Paket geliefert wird? Im besten Fall fragt ihr dann einen volljährigen Nachbarn, ob er das Paket für euch entgegennehmen kann, wenn ihr nicht da seid und hängt an eure Tür einen entsprechenden Hinweis für den Fahrer, dass er auch Bescheid weiß, bei welchem Nachbar er das Paket abgeben kann. Hilfreich wäre es außerdem, wenn ihr auf dem Zettel auch noch eure Handynummer hinterlasst. So kann euch der Fahrer im Notfall auch noch anrufen. Kommt nochmal Produkte in den Shop? Ja, unser Shop wird dauerhaft mit neuen Artikeln bis in den Dezember hinein beliefert. Bis wann wird der Shop noch offen sein, beziehungsweise bis wann kann ich noch bestellen? Der Shop wird auf jeden Fall bis ca. Mitte Dezember geöffnet bleiben. Die genaue letzte Möglichkeit zu bestellen hängt immer von Kapazitäten der Versanddienstleister und Bestellaufkommen ab. Deshalb können wir das nicht so ganz genau sagen. In jedem Fall geben wir euch zeitig auf unseren sozialen Medien Bescheid, wann die letzte Möglichkeit ist. Wird es dieses Jahr wieder ein Verbot geben? Ganz klare Antwort von mir, nein. Braucht man einen Gewerbeschein, um Feuerwerk zu bestellen? Nein, um eine reguläre Silvesterbestellung aufzugeben, reicht es 18 Jahre alt zu sein und dann erhaltet ihr das Paket bis vor eurer Haustür geliefert. Bekomme ich mein Geld zurück, wenn meine Bestellung nicht ankommt? Ist es so, dass wir davon ausgehen, dass 99,5% aller Bestellungen ankommen? Sollte es tatsächlich mal dazu kommen, dass eine Bestellung nicht ankommt, dann bekommt ihr selbstverständlich das Geld zurück. Sollte es sich dabei sogar um einen Fehler unsererseits handeln, bekommt ihr sogar zusätzlich noch einen Pyroland-Gutschein dazu. Kann ich kostenlos nachbestellen? Die Möglichkeit kostenlos nachzubestellen war bis zum 15.10. gegeben und der einzige Grund, dass das jetzt nicht mehr möglich ist, ist nicht irgendwie, dass wir euch ärgern wollen oder so, sondern das hat einen ganz einfachen logistischen Grund. Wir mussten nämlich frühzeitig, und zwar um genau zu sein, am 16.10. damit anfangen, die Silvesterbestellung zu packen, damit die wirklich alle zu Silvester bzw. zum 28.12. fertig gepackt sind und raus in den Versand gehen. Die Möglichkeit, die es jetzt noch gibt, für Leute, die schon mal bestellt haben dieses Jahr, ist einfach eine neue Bestellung aufzugeben, aber es fallen erneut Versandkosten an. Das nur als Info. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und die eine oder andere Frage ist geklärt worden. Falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt die auch gerne in den Kommentaren. Das war es mit dem Video. Bis dahin, euer Sutze von Pyroland. Pyroland. Hier kannst du Lund riechen.